... ... ... ... Ach, guck mal, Leben! Kann ich hier hoch? Aber da kann ich hoch! Ja! Z-Fat speichern erst mal... Oh, meine Güte! Elektro-Boards! So, kann ich hier hoch? Nee, aber... Nein! Ah! Cool, auf Wiedersehen! Oh, 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 oh! Aha! Ja! Aber die hier kann ich hoch, oder? Ja, das war klar! Das kenne ich ja von Bäumen! Oh, warte mal! Ups, nee! Ähm... Springen wir mal in die Richtung ab! Tada! Mario ist voll der... Mario ist voll der Künstler! ... ... ... Voll der Schieter irgendwie mit dem Neugeladen hier! Kannst du bitte den Hacke? Ah! Ah! ... Oh, noch langsamer geht's nicht, Mario, oder? Noch langsamer geht das nicht, oder? Ich hab das jetzt einfach mal gespeichert! Wer hat da klettert, obwohl hier gerade mein Daumen extremst abrutscht? Mal speichern! Oh, das stimmt, dass das hier irgendwo... Wow! Ähm... ... ... Ja? Hallo! Oh, boah, wie Grinsen! hier kann ich mich verstecken roll zurück riesige Klopapierrolle sowas wird es sein komm 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 fahr mich hoch komm komm fahr mich hoch fucker tja uah alter goh wow das war knapp so und ich spring mal da hinab hab ja keine Ahnung wo ich hier lang muss kannst du rein? ne okay was macht der da so? ach so der hüpft ach ne ist ja in nahen Winkel ich hätte gerne gesehen äh der sieht aber süß aus kommst du näher? haha klappt sogar ist das geil alter ok muss ich etwa ganz hoch an die spitze der pyramide? ja muss ich entscheiden es gibt 18 Sterne speichern und weiter ich möchte mich auch noch mal ich würde mir mal in die Lava Welt bis jetzt nur ein Stern das finde ich etwas traurig zudem weiß ich jetzt immer auf einer Muschel reitet habe ich nämlich da letztens rausgefunden ist da ja bestimmt hier muss doch irgendwo so eine Shell sein oder auch nicht äh ja wenn doch mal eine Shell wäre aber ich weiß gar nicht jetzt was unsere Aufgabe war hier aber ich gehe einfach mal da in den Vulkan reinrallen können stimmt bestimmt nicht verkehrt ups das war tralalalalala wie immer haha wie er sich immer totlacht der Mario ups das geht sogar wo gehe ich lang ich gehe mal hier lang oh nein ich gehe doch besser da da muss ich nicht so viel ich gehe doch wieder in die andere Richtung lieber wenn es den ersten Sprung geschafft oh nein ist mir egal welchen Stern ich jetzt hier erlange ach guck mal geht sogar was macht denn der da für Kübelchen muss ich die einsammeln ach ne ist die Strecke für die Plattform lustig ich fand ein cooles Mare im Spiel irgendwie wow haha falsche Taste wow da muss ich wo rüberhüpfen wow das war knapp ich bleibe einfach irgendwie mal drin ich bleibe einfach irgendwie mal drin ok dann werde ich wo oh Gott sei Dank bin ich so der Mario Pro voll der Pro wow NEIN ey yo genau wenn man hier mal kurz diese olle Kamera anpassen so geht vorbei geh weg so ruf und drehen wow krabbel hoch Mario ah du bist doch so der Vollidiot so hoch dahin abspringen wow haha ja damit haben sie nicht gerechnet ne nein damit haben sie auch nie gerechnet boah Gott sei Dank du eh irgendwie komme ich derzeit ah ein Stern guck was sag ich richtiger Weg didel 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 hi di ho ach du und wär auch noch einer gewesen bam bam badabadam gewinne im vulkan anhölen speichern und Ende mach jetzt einfach mal ich will nur kurz was schauen ob es so klappt oh ja ay prestat do play ne also gut naja dann auf wiedersehen dui und da bin ich auch schon wieder ich hab äh es ist jetzt 10 Sekunden her oder so ich hab nur probiert ob der ob der das jetzt auch auf der ROM gespeichert hat und ja er hat es getan ich spiel immer noch mit Tastatur wie vorher und nicht mit Tastatur sondern mit ähm Safe Stats auf der Tastatur ja also nicht wundern wenn ich jetzt nur noch 7 Minuten aufnehme damit ich dann die halbe Stunde voll hab okay 6 plus 7 das sind 13 dann hör ich um 12 auf weil ich ja immer äh nicht genau 23 Minuten sondern 13 und ein bisschen 23 und ein bisschen was hatte so mal schauen ob ich diesen Epic Jump ja war voll Epic ich wollte jetzt nochmal in die Lava-Welt die ist so lustig immer wenn ich reinspringe boah wer für die Bullys die Lage was denn für Bullys alle sucht irgendwie heftig so komm her komm her komm her komm her komm her komm her ja gut kurzen Prozess hab ich da gemacht boah das war ganz knapp oh nein boah 8,8 Münzen boah nein nein meine Güte 7 machen wir doch erstmal die die war da jetzt einfach die Mission soo super ja hab ich zufällig gesehen dass da 8 Münzen waren oh gleich mal 20 Sterne das ist schon was feines so es fehlen uns nur noch ähm 10 Sterne ja 10 Sterne werfen die Bullys in die Lava ach Mensch jetzt muss ich wieder alle Bullys in die Lava werfen sehr doof ha schlecht nein tschüss auf Wiedersehen Vollidiot oh Gott sei Dank ach guck mal den kann man doch auch ganz leicht überledigen na egal ich spreche hier nochmal 8 Münzen braue ich ja jetzt nicht mehr so wie vorher nein oh Mensch ich freu mich schon wenn ich mein Gamepad hier wieder richtig eingestellt hab wie kann ich das muss ich das nicht immer über Taster tun machen komm her komm her tschüss haha vollidiot komm her komm her ja haha vollidiot komm komm ja ich glaube den nicht oder ich glaube den nicht oder das ist ja Big Bulli mach ich einfach trotzdem nochmal lol lol ach ja den habe ich schon den werde ich mir jetzt nicht nochmal holen lol was war das denn ich springe da erstmal und der rennt unter mir durch das fand ich jetzt irgendwie gut soo verzeigen wenn ich immer weiter an sich äh das Spiel stehen hab aber so ist es für mich einfach wesentlich übersichtlich ja auch da sind nur drei Bullis nein so ein so ein so ein warte mal das ist ein F7 komm her boah da hatte ich aber Glück nein das ist ätzend F7 soo und ganz schnell hoch wa ich drücke jetzt hier erstmal F5 komm her soo ah uah 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 Gott sei Dank bam tschüss was ach Mensch kommt der ja ne runtergehauen rein komm her ja oh waha was ist das denn noch ein Big Bully tschüss ach guck mal der Stern das ist schön hoffentlich war der das jetzt oder ran hier nur andere Bullis rum obwohl jetzt hab ich den schon mal ich glaub das war der für die Bullis oder jetzt hab ich ja alle Bullis runtergehauen hier die es gibt wer für die ja sei doch ach schau ich irgendwann weiter werf die Bullis in die Lava war ja schön so äh tanze auf dem Baumstamm was ist denn der Baumstamm was ist denn der Baumstamm ah da hinten gehts ja noch weiter ne ist er vielleicht hinter mir was ist denn der Baumstamm 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 ne wüsst ihr jetzt nicht wo das sein sollte ich wüsste jetzt nicht wo das so sein soll ich wüsste jetzt nicht wo das so sein soll